Hallo Leute, unser Dazwilkommen zu einem Video So, Mikrofon rechts anschieben und dann äh funktioniert's auch Wir sind auf dem Community Zone und es gibt heute einen neuen Spielmodus Nämlich unser eigenes Bad Wars Oh ja, wir gehen hier doch gleich mal rein Ich hoffe ich kann noch rein, ja ich kann noch eins sehr gut So, ich wähl mal, das gute alte Team Root er kennt man natürlich um dieses Betforschen zu haben durch wie Prozent zum Teil auch jedes andere Betfors nach dem Betforsprinzip einfach dass man zu einem anderen Team gehen muss unterhalts dem Bett abbauen ja so funktioniert das müssen einfach auch mit 1 8 schon auf dem Server die Serien wieder probisch muss man erfreut auch schon immer und was gibt es uns auch zu sagen dazu es ist wirklich ein Betforsplag hin was es bisher noch auf keinem Server gibt und auch bisher noch nirgends gab und äh ja ich bin ja gerade reingeschaut und ein paar Leute die auf dem Community Server sind die zocken gerade auch mit so wie es aussieht und es geht so und jetzt noch so eine Minute bis es los geht und ja es ist jetzt hier gerade Dienstagabend wo ich das aufnehme und ich bin dann ein wenig angepisst leider eigentlich soll ich kein Video aufnehmen aber äh ich wollte jetzt einfach sagen ja komm ne ich möchte nicht dass morgen kein Video dann gar kein Video kommt zum Morgen Mittwoch also heute wenn ihr das Video seht und deshalb nirgends heute doch noch eines auf ähm und ja ich möchte euch das Papi nur ganz ganz schnell zeigen und dann euch das Video auch direkt hoch ich möchte euch das allzu lange dauert so und ich möchte sagen äh kann ich nicht erst da machen geht das äh geht ja nicht nicht okay dann warte einfach noch ähm ja auf jeden Fall sind ja ein paar ein paar Leute online oder ein paar Leute jetzt gerade dazugekommen ich hätte es eigentlich auch auf Twitter posten können scheinbar werden vielleicht noch mehr da und ich könnte dieses scheiß Jumpiname doch endlich mal noch schaffen ja schon mal schön so 20 Sekunden haben wir noch dann geht es los ich habe es im Livestream schon so oft geschafft eigentlich aber egal alle Teams müssen ein Mitglied haben okay wäre natürlich schön wenn äh das äh von selbst geregelt wird nachher mal sehen ich bin sehr gespannt weil das Plugin haben wir jetzt einmal getestet glaube ich ich war da allerdings nicht auf 110 hier ähm okay Team Grün hat gar ja gut die sind immer noch nicht schön aufgeteilt so wie es aussieht auf jeden Fall heißt es Map Kingdoms und ich habe keine Ahnung ob es die auch auf Anzonen gibt oder ob ob die von uns selbst gebaut wurde auf jeden Fall so viel ich weiß ist das Battleers Plugin schon unser eigenes Plugin aber doch die Map kenne ich die Map kenne ich auch aus äh aus ja auch von einem anderen Server sag ich jetzt mal ich sage jetzt nicht den Namen von Server aber auf jeden Fall gibt es ja auch so ein paar Items da weiß ich echt nicht also ich möchte jetzt ehrlich sagen dass es unser eigenes Plugin ist aber es gibt ja schon ein paar Items aber ich denke die gibt es sonst nicht in irgendeinem anderen Bedrohers also auf Raid PvP gibt es diese Map auf jeden Fall auch habe ich gesehen aber wie das mit dem Shop ist weiß ich nicht auf jeden Fall hier kann man dann so Blöcke kaufen ja Glas und so gibt es auch dann Tools ja diese Dinge gibt es es gibt ja auch Äxte was sehr so geil ist da kann man vor allem dann Kisten schneller abbauen Rüstungen gibt es auch jede Menge natürlich ist alles anbringend X drauf was ich sehr so geil finde ich weiß gar nicht ob das auf Komme auch so ist aber ich glaube da ist es anders ähm Schwerter und auch diverse äh und ich denke aber mit ja so die Preise sind richtig gut und auch ja Böken haben da sogar auch 4 Variationen dann sogar noch ein Power 3 drin und sonst haben da Power 2 empfinden die und äh ja Essen was gibt es hier Standard halt aber es gibt den Multiappel äh ja der kostet sogar 2 Platin wo man Platin herkriegt weiß ich noch gar nicht das ist wirklich die allererste Runde die ich gerade spiele auf ja und so auf meinem eigenen Server ähm Tränke wir haben Regeneration und Stärketränke und ja auch so ein paar ich weiß gar nicht wie das mit so Komme auf jeden Fall ist auf jeden Fall gibt es echt ein paar Dinge manchmal ich glaube ihr habt das Geist gesehen jetzt noch genau Spezial es gibt Magnetschuhe tage diese Schuhe und erhalte 75% Wahrscheinlichkeit auf keinen Knockback das ist wirklich so ein Item wo ich mich frage gibt es das auch auf anderen Servern weil sowas habe ich echt noch nirgends gesehen sonst sonst OP Items sind dann zum Beispiel genau Multisache das ist ein Nia-Schwert oder Multischutzengel ich weiß ich glaube es ist einfach nur mit diesem ähm Resource Pack so oder wo heißt es ich weiß echt nicht ob es wirklich so heißt aber es wird schon auch die Preise sind die Preise sind dementsprechend hoch und ich habe jetzt schon einen Bogen bekommen und es wird auch sagen Spiele die Runde mal na aber es kommt mir gerade Frage wo kriegt man Platin her oder was ist Platin vor allem auf jeden Fall gibt es auch noch eine weitere Map oder wir haben auch schon eine weitere Map hier auf dem Serer soviel ich weiss das Bild ist auf jeden Fall da oben aber die Map heißt glaube ich Clash of Clans und so wie die aussieht ist die glaube ich selbst gebaut aber wie gesagt ich möchte nichts sagen dass das alles von uns selbst ist das Plugin wie gesagt ähm weiß ich nicht die Map hier auf jeden Fall ist auch nicht äh gerade unsere eigene aber Clash of Clans auch gestern gesehen das ist glaube ich eine Map die man sonst noch nirgends auf einem Serer gesehen hat oder zumindest ich habe sie nicht gesehen wenn es das so sein sollte dann schreibt es doch bitte in die Kommentare würde mich sehr freuen äh ja gut aber was muss ich echt fragen wo gibt es Platin oder Gold ich denke mal das gibt es in der Mitte so und da kommt ein guter Ungarn nicht getroffen egal egal okay wir haben uns mal schnell zu was mit Schiffklick funktioniert es auch schön das ist geil ähm äh und vielleicht eine Waffe Wienow sowas ja gut passt äh und ein Spitzabgang natürlich Moment mal der Boss ja sie da sind die Preise dann wieder ähnliche aufkommen aber ich war aber Rüstung wäre noch gut so äh lol also wieder nicht mehr genug äh Brosse okay das ist aber auch nichts weiter wichtig ich möchte wie gesagt nur das Plugin oder das ganze so ungefähr ein bisschen zeigen wie es aussieht so da ist Ungar Bum Bum okay also einer habe ich jetzt die Woche geloffen auf ihn aber ich weiss gar nicht okay da ist Zasel aber was auf jeden Fall ich weiss eben nicht ob so ob die Teams gleichmässig aufgeteilt werden aber das war ja so das äh Problem was wir ja vorhin irgendwann hatten aber so wie es aussieht ist das Problem gelöst aber wie gesagt ich möchte ja nichts sagen oder keine falschen Dinge sagen die und die dann am Ende doch nicht schieben und da ist irgendwie mit dem Bogen läuft es heute na gut ich soll natürlich auch nicht stehen bleiben wenn ich nicht so viel Rüstung habe ähm ja gut man könnte aber noch zu Rot gehen ja Rot hatte ja auch einen Weg gebaut immerhin mal sehen was Bettdesign hat alles gesehen vorhin so mal hier rüber okay was gibt es hier gibt es hier Silber das ist Silber ja aber wo gibt es Platin wo gibt es jetzt verdammte Platin jetzt machen wir diese Taktik Bum ey kann ich mal tot sein ja jetzt okay war jetzt auch ein bisschen Ballsbammer Taktik aber kann man ja schon mal machen wenn man schon einen Bogen hat finde ich so zum YOLO geht dann natürlich YOLO durch oh oh lol lol hat sich auch noch Böckstück geholt aber gut ich weiß auch nicht ob ich ähm die Runde leften soll vielleicht weil ich will dir eigentlich echt nur das Plugin zeigen äh und äh ja ich kann das auch tun ähm ja weil ich habe echt viel Zeit ich möchte das hier auch noch hochladen ähm früh weil ich habe ja am Mittwoch ja ganz lange Schule und auch keine Zeit mehr so was hochzuladen äh machst du zwei Platin sind das YASO oder was LOL wo gibt es Platin das würde ich mal gerne wissen magst du sagen Secret Spawner unten in der Mitte okay dann soll ich den den möchte ich auch noch schön mal angucken gehen diesen Secret Spawner ähm damit ich es einfach gezeigt habe und danach läuft es drungen einfach damit ich euch nicht weiter langweile weil äh ich meine gut in meinem Team mein Team wird schon gewinnen auch ohne mich hey kannst du jetzt mal schnell weg ich möchte euch doch noch einen Spawner zeigen okay dann nicht dann öfft ich halt okay Leute mach's gut ähm wir sehen uns dann am Freitag um 18.30 Uhr wieder und am äh Samstag ja Samstag nach beim nächsten Video bis dann mach's gut bis out nasen Alkta Bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal